Moment, für den CKD, hast du da noch einen Ausruf? Äh, nein, Güterchen. Leider momentan nicht. Okay, bitte. Tschö. Ludolf? Ja? Für eine A-Klasse und einen rechten Schweller. Würde ich auch gerne. Nein, momentan nicht. Tschö. Hast du die Telefonitis oder was? Ich doch nicht, die ruhen mich doch an. Dann hast du keine Telefonitis? Nee. Ludolf? Hallo? Aufgelist. Hier ich, wer da? Ja? Ludolf? Und? Moment. Peter? Ja, ja? Für einen VW, T3, einen Tacho. Ja, haben wir da. Haben wir da. Einen Moment. Kostet? Guck, guck. Äh, der wird sein oder was? Wir sind immer noch beim Tacho für einen T3. Äh, da. Hallo? Der Tacho für einen T3 kostet so 20,25 Euro, komplette Einheit. So 20,25 Euro ist die komplette Einheit. Bitte, tschö. Moment. Peter? Ja? 86er Polo N6, ein Kühler. Nein. Nein, leider nicht. Nein, Kühler hat er nicht da. Bitte, tschö. Ich hätte ja mal fragen können, ob er auch einen Tank braucht, aber den hast du ja auch nicht. Was? Was ist das Auto? Polo 6N. Ja, bitte. Ich brauche aber nicht den Tank. Mhm. 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 Ludolf. Guten Tag. Moment, ich frage mal. Moment. Moment. Peter? Ja? 1600er Astro-Bauer, 94, ein Kühler. Kuckuck. Was ist? 1600er Astro-Bauer. Neuer 94, ein Kühler. Ähm, Astro-Bübri. Hallo? Da gibt's verschiedene, da müsst ihr den alten als Muster ausgebaut mitbringen. Moment. Wie kostet's? Wie kostet's? Äh, 1600er. Ja. So 35. So 35 Euro. So 35 Euro. Bitte. Tschö. neuer 89er, ein 9er-Jer, ein 19, Peter? Ja. Und ja. 75 PS oder ein 16-V-Motor? Müsste noch da sein. Kosten tut er 550. 250? 250. Du bist eine Pflaube. Nur wenn, vorher anrufen. Aber gute Pflauben, du machst wenigstens Geld. Ach ja, wie ein schöner Tag heute ist. Voller Sonnenscheid. Ludolf? Herrlich, ja. Ja, Ludolf? Ludolf, Autoverwertung. Macht nichts. Tschö. Eine ganz dumme Frage, Wolfgün, an dir. Was sagst du? Ludolf? Ludolf, Autoverwertung. Hätte ich davon verstanden. Ja? Du hast es noch mal versucht. Nur einmal, Ludolf. Hört sich besser an. Ludolf? Guten. 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 Bmb 318i. Ein Fühler. Nein, nicht mehr da. Nein, leider ist momentan nicht da. Eieieieiei. Schämst du dich, Günther? Was machst du da? Du verlangst nur die Teile, was wir nicht haben. Ich soll nicht die Kunden. Schwierig mit dir. 93er, Mitsubishi, Galant, Heckscheibe hinten. Günther, was machst du denn hier? Nein, leider nicht. Bitte. Tschö. Du hast wirklich so einen Tag, da kommt nichts. Absolut nichts. Ludolf, 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 Kapio. Oh, den Griff ist verdeckt. Nein, nicht da. Turn Astra Diesel, Kurbelwelle. Nein. Seat Ibiza, eine komplette Front. Hab ich auch nicht da. BMW 318i, ein Motor. Ich kann mir da gut erkennen. Nein, leider nicht. Leider momentan nicht da. Leider nicht. Für einen Käfer, ein Motor. Herr Günther, so geht es nicht weiter. Frag mal, was wir haben. Leider nicht. Soll ich überhaupt noch rangehen? Nein. Wir haben sowieso nichts, was die haben wollen. Nein. Lass es sein. Das bringt nichts, das Telefon heute. Das bringt höchstvolle Abnutzungen. Moment. Für einen K, 98, Stoßstange und einen Ausruf. Hinten Stoßstange. Kein mehr Du, kein mehr Da. Für einen C-Kadett, hast du da noch einen Ausruf? Ganz unten runter, Günther. Äh, da musst du alles nachgucken. Dann müssen sie am Montag nochmal anrufen, nach Mittag. Weil es die große Anlage ist. Ja, er muss alles durchgucken. Die Oldtimer liegen ganz unten drunter. Weil die Oldtimer Sachen ganz unten drunter liegen. Heute geht es nicht, weil wir gleich Feierabend haben. Morgen fliege ich nach Paris. Komm Sonntag wieder. Okay. Gleich mal. Tschöö. Ja, ja. Telefon schon wieder. Hätte ich nie gedacht, dass das Telefon ist. Moment, 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 Moment. 89er Scorpio. Ja, 2,9 Liter. Moment. Moment. 89er Scorpio. 2,9 Liter. Ein Cut. Das ist ja noch mit dem Doppel-Drohr. Doppel-Drohr. 2,9 Liter. Ein Sechszylinder ist das. Oh, da weiß ich, ich will noch einen haben. Ja. So, mal in 2 Stunden anrufen. Ich geh mal nachher Auspuff auf und gleich rauf. Ja, da musst du alles nachgucken. Nochmal so in 2 Stunden anrufen. Dann musst du ganz immer noch Auspuff auf und draufgehen. Ah, scheiße, ich muss gleich auf. Okay. Bitte, tschöö. 2, 2,5 Stunden ruf da nochmal an. Gehen wir mal gleich raus, gell. Ne, wir nicht, du. Okay, ich mach noch 2 Minuten. Vielleicht kommt noch da was zu. Geh nochmal ran. Ludolf. Bau, ja. Peter. Kuckuck. Ja. 95er. Sehr Toledo. Hinten links die Tür. Da musst du nicht gucken, das ist ganz einfach. Müsste da sein, aber er geht mal nachgucken. Ludolf. Peter. Ja. 91er Polo. El Punata. Ein Motor. Da musst du nachgucken. Wann? Könnte da sein. Äh, sag mal so in der Treibstunde. Ein Ackschenkel. Können wir vielleicht haben, ich guck mal nach. So 2, 2,5 Stunden an. Ludolf. Ne, Günter muss erst gucken. 2, 2,5 Stunden. Rudolf. 92er Audi. 80er und Schalktau. Können wir da haben. Das grühen wir nachher nach. Wann? 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 Wann da gedammelt ist Langtam. Ich würd sagen, Räumer lag da im Hintergrund. Wann? Wann der gehen? Wann hat Zeit, hat Zeit. Wann kommt der Rat. Wann rufen die alle bei mir an und ich weiß nicht Bescheid. Komisch. Und jetzt sag ich zu Peter, warum schlafen? Warte noch einen ab. Dann lohnt sich das. Peter. Was? 89er Kadettkombi. Die Federteller hinten. Bist du dir da sicher? Hallo. Ja, äh, Federteller. Ja, hinten. Wann? Geht's auch in Deutsch? Ja, halbe Stunde. Halbe Stunde? Da muss er nachgucken. Er sagt in einer halben Stunde. Ich würde aber sagen, meine Stunde anrufen. Ist sicherer bei denen. Okay. So, wieder einen Teil dazu. Ja, jetzt muss ich raus. Du hast es gut. Du musst nicht auf den scheiß Berg rauf. Du sitzt hier. Du brauchst das nicht machen. Ich muss klettern. Nee, normalerweise würde ich sagen, bleibt noch, oder? Nee, roll raus. Scheiße. Roll hin. Ich meine, schade. Ich muss es raus. Das sind meine Nerven, wenn die nachher die Kunden fragen. Ja, aber Günther, ich muss auf den Berg hoch. Ich bin irgendwie fertig. Moment. 92er Astra 11 Motorhaube. Haben wir da. Haben wir da. Moment. Kostet's? Eine sehr gute 70. Eine sehr gute 70. Und dann eine nicht so gute, eine nicht gute 30. Dann nur vorher anrufen, wenn ihr kommt, ne? Und dann noch billigere. Okay. Bitte. Tschö. Und was hast du nicht gesagt? Das tut doch nicht alles, was du sagst. Vielleicht wollte er dich nicht. So hat er sich überlegt. Das hätten nicht. Du bist ein Geschäftsmann. Ich bin kein Geschäftsmann. Ich bin Telefonist und Raucherhaft. Ja, aber wenn du Telefonist bist, musst du auf mich hören. Wenn du Telefonist bist und nicht auf mich hörst, brauche ich dir keine Antwort mehr geben. Rudolf. Grüß Gott. Bauer. Nein, leider nicht. Nein. Bitte schön. Danke gleichfalls. Grüß Gott. Ist das ein lieben Gott oder ist das ein Bayer gewesen? Ein Bayer. Jeder hat seine Sprache. Nein. Bitte schön. Du kannst schon beide. Ab den Cut. Moment. Guck nachher nach. Eine halbe Stunde. Guck danach, mal eine halbe Stunde anrufen. Ach, mein Genick tut mir weh. Bitte. Tschüss. Ich weiß nur, was mein Genick mir jetzt weh tut. Da gibt's nur ein Mittel und das hilft immer. Arbeiten, Teile raussuchen. Bei dem Wetter? Ja, auch bei dem Wetter muss Geld verdient werden. Geh raus, such schon mal. Das ist dein Job, ich hab meinen hier. Sondenblendenstoß, dann gibt's noch einen Ausruf dabei. Es sind schon drei Teile. Das behältst du alles gar nicht. Doch.